Hallo und willkommen zum Tag 2 des Sturmangriffsturniers. 3 Sterne ohne Nila. Meine Verteidigung ist nicht besser geworden, also gehen wir direkt in den Angriff. Der zweite Null ist noch nicht fertig. Der lohnt auch nicht. Waren zwei blau, also nehmen wir noch den grünen mit rein. Mal gucken, ob die Mitte weg geht oder nicht. Hm. Was hat er auch überlebt, das überlebt er nicht. Sehr gut. Noch Bienen mehr wären böse gewesen. Nummer 2, dreimal rot, zwei Highlighter dabei. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall mit rein. Der kann heilen. Der kann heilen. Dann nehmen wir ja nicht mit. Und wir nehmen Sudri. Überzeugt bin ich nicht, aber gucken wir mal. Ja. 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 Blau ist schon mal gut und da haben wir noch ein Match. Oh, zwei Lebenspunkte. Das ist schon mal gut. Das war gerettet. Haha. Jetzt wird Poppy wehtun gleich. Ciao. Ja, jetzt geht's noch ein Knall. Ja. Vorteil. Ähm. Das war gleich. Ja. Das war ja. Wie echt. Das war. Steig. Das war ja. Wohin. Es war ja. Die sind heute so ausschaut. Boah, ist das unfair. Das werden wir jetzt doch wohl hoffentlich nicht noch verlieren. Bitte nur einmal feuern. So, sie löst E aus und verringert uns auf mindestens einen Helden. Okay, doch nicht. Poppy lebt aber auch lange. Das kann doch nicht sein. Und ich kriege nichts unter ihr zusammen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Oder es wird wieder geheilt. Nein. Der hätte es gerade sein können. Das gibt es doch nicht. Wir verlieren gegen eine Poppy und einen Heiler. Das nervt. Ja, verloren. Die Poppy hat echt lange überlebt. Und ich habe zwei Poppys und ich verliere erneut in der Verteidigung. Das nervt so richtig. So richtig. Und dann. So richtig. Beide. Und dann. So richtig. Das ist dann. Und dann. So richtig. Und dann. So richtig. Ich kann mich selbst nicht reinigen. Probieren wir es. Okay. Ich würde sagen, das ist ein J-Board. Also hauen wir mal raus, was geht. Da haben wir zumindest blau geladen. Das ist eigentlich egal, wie wir es ziehen. So oder so muss ich in ihn wieder reinspielen. Wir müssen rotlos werden. Ich weiß, dass es ein grünes Match ist, aber ich muss jetzt gerade erst mal rotlos werden. Ansonsten würde das gleich richtig wehtun. Verloren. Nehmen wir zwei rote Steine raus. Nehmen wir zwei rote Steine raus. Und dann hoffen wir, dass es nicht ganz so tödlich ist und dass wir jetzt gleich noch zum Spielen kommen. Nein, kommen wir nicht. Ja, Lila ist ja gar nicht drin. Das kommt eh nur drauf an, ob man die Steine findet, die man hat. Und das sieht nicht danach aus. Ja, ist schade. Mal gucken, ob ich mich einkaufe oder nicht. Ich glaube nicht, nicht mit so einer schlechten Verteidigung. Tja, das ist schon ärgerlich. Wie kriegen wir gelb zusammen? Gelb aufs Board, was nicht da ist. So kriegen wir gegen anderen nur noch mehr Bienen. Das ist vorhersehbar. Das werde ich nicht gewinnen können. Das ist nicht ein gelbes Match. Match ist schon unfair. Also eins hätte ich mehr gebraucht. Na gut, ich kann nicht mehr. Also raus. Ja, raus an Tag 2. Das ist übel. Dann werde ich mich auch nicht einkaufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Untertitelung.